Leute, grill auf! Burgerwoche starten! Montag ist heute angesagt und heute gibt's als erstes erstmal einen kleinen Fanwunsch für euch. Ganz genau, ihr sollt auch mal wissen, wo es lang geht bei Johnny's Burgerwoche. Und wir fangen an mit Mayonnaise. Vier Esslöffel Rhyme feuern hier in unserem Topf. Und Gurken-Reddish. Zwei Esslöffel. Zwei Esslöffel Sänft nicht vergessen und dann natürlich zwei Teelöffel Knoblauchpulver und Paprikapulver und Zwiebelpulver. Immer zwei Teelöffel. Ihr wisst noch nicht, was das werden soll. Es wird eine Burger-Soße. Nämlich die vom Big Mac, Leute. Ihr sollt euch heimisch fühlen. Denn das Ding habt ihr bestimmt schon mal gegessen. Vielleicht nicht so, wie Johnny ihn baut, aber so grob wird's wohl gehen. Dazu nehmen wir natürlich 400 Gramm Hack. Hier kommt nämlich Ryan & Johnny's Burger. Salz, Pfeffer, schön durchkneten. Oh yes. Und hier, so teilt man hier den Haufen und macht da zwei Patties raus hier. Heute mal handgeformt für euch. Genau. Outdoor hier, wie ihr seht. So, platt gewemst hier. Oh. Und nüm. Wisst ihr, was kommt? Sie kommen nämlich auf den Grill. Oh. Oh. Die heiße Platte schon angeheizt hier. Steht da, wie es zischt hier. So. Nächsten auch noch drauf. Und. Deckel runter hier. So. Jetzt lassen wir uns ein paar Minuten hier ballern hier. Und zack, wenn die so aussehen hier, immer mal runter gucken. Dann wenden wir. Schön. Schön braun werden wir hier. Jawohl. Und hier den nächsten. Oh. Oh ja. Da kommen die Flammen euch hier hoch. Und runter damit. Mit dem Deckel. Oh. So sehen die fein aus. Und dann den schönen Cheddar-Käse drauf. Jawohl. So. Und wenn er schön geschmolzen ist, nehmen wir die mal kurz runter. Aber auf den Teller damit. Ganz genau. Den auch noch. Den Kameraden hier. So. Und nun natürlich ein paar Burger-Brötchen hier. Ryan ins Fett. Gleich. Jetzt hier. Ryan damit. Ja genau. Einmal ein bisschen anrüsten hier. So. Genau. Das ist die mittlere Schale da links. Und das ist die untere Seite. Perfekt. Und nun unser Relish, den wir hier zusammen gebaut haben. aus Gurken, Relish, Senf, Knoblauch, Pulver, Paprika, Pulver, Zwiebel, Pulver, Mayo. Und da oben drauf Salat. Und dann die erste Bulette. Ein Burger-Brötchen dazwischen. Wieder unsere Special-Soße hier. Genau. Zwiebeln nicht vergessen. Die habe ich unten auch vergessen zu erzählen. Gürkchen oben drauf. Ne? Und jetzt kommt nur noch den Teck. Den reiben wir noch ein bisschen in Suss ein. Damit er zerklebt. Und ein bisschen platt drücken. Ja. Das ist doch ungefähr genau das, was ihr kennt hier. So. Und hier dreht er sich euch nochmal. Ah. Schön ein paar Nahaufnahmen. Zum reinbeißen. Oh. Perfekt, Freunde. Oh yes. Das ist mal ein Apparillo. Den kann man sich auch mal so mal eben genehmigen, würde ich sagen. Und nun gibt es eine totale, damit ihr nochmal seht, wie es aussieht. Und hier das Rezept hier rechts ausgezeichnet. Oh yeah. Boys and Girls. Ballert's euch rein. Aber was jetzt wohl morgen geben. Seid gespannt. Wir haben ja noch ein paar Burger auf Lager. Johnny-style natürlich. Wie auch sonst alles hier. So. Und nun. Um die Wartezeit zu überbrücken. Könnt ihr immer einen Whisky-Cola-Kent schicken als Beilage euch zaubern. Oder einen Apfelkuchen als Nachtisch reinwämsen. Freunde. Ich sehe euch morgen. Denn es sind die Burger-Wochen für euch. Nur für euch.